Ja, wir sind heute hier in Ruß, besser gesagt im Europapark Colosseo für das BWS Nachfolgeforum und ich durfte gerade auf der Bühne sprechen, die anderen sind alle gerade schnell in den Park gegangen und es war wieder ein wunderschöner Moment, die Erfahrung, die uns seit acht Generationen auszeichnet, weiterzugeben. Ich glaube einfach, dass es ein Forum immer wieder hinbekommt, dass Menschen miteinander sprechen und ich glaube gerade in der Kommunikation ist es A und O in dieser Nachfolge und ich glaube, es muss auch Foren geben, wo man sich dann vertrauensvoll hinwenden kann. Und ich glaube, jedes Forum, das es schafft, ist ein gutes Forum. Wenn Menschen dann von diesem Tag weggehen und sagen, mir hat da was gebracht, der Tag. Ich glaube, das ist wie bei uns im Freizeitpark, wenn wir die Leute sehen und die am Ende des Tages mit einem Lachen aus dem Park glauben, das ist das schönste Anerkennung und Lob. Ich glaube, eine Nachfolge dauert nicht nur einen Tag, sondern eben eher Wochen, Monate oder auch Jahre. Insofern wird sich der Erfolg wahrscheinlich erst später einstellen. Aber ich hoffe, dass ihr ganz viele Zuschriften kriegt von glücklichen Unternehmern, die gesagt haben, das war vielleicht ein Impuls hier zu sein und hat uns dabei geholfen, diese Unternehmensnachfolge in Gang zu bringen oder vielleicht auch erfolgreich abzuschließen. Die Nachfolge Vielen Dank.